Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 14.12. Guten Morgen mit Geek Talk Daily. Ich spreche heute über Corning, Patreon, Facebook Messenger, Amazon, den Google-Jahres-Rübrik, den iMac Pro und iOS 11.2.1. Wir beginnen bei Corning und die haben jetzt von 3M die Glasfaser- und Kupferkabelproduktion Sparte gekauft. Insgesamt 900 Millionen US-Dollar haben sie sich das kosten lassen. Der Konzern ist in Austria und im Bundesstaat Texas zu Hause. Insgesamt 500 Beschäftigte von 3M sollen zu Corning wechseln. Wir kommen zu Patreon und die haben mir vorige Woche eine Änderung bei den Gebühren bekannt gegeben. Dort sollte man ja jetzt nur noch 2,9% plus 35 Cent Gebühr bezahlen je Pledge. Das war ein großer Nachteil für die, die nur einen Dollar pledgen, also alle für die mit wenigen Überweisungen quasi. Dementsprechend gab es auch einen großen Aufschrei. Patreon ist heute zurückgerudert. Man habe nach wie vor vor Gebühren zu verändern. Wie ist aber noch fraglich. Es wird nicht die geplante Änderung kommen. Man möchte in Zukunft auch mit den Erstellern von Inhalten darüber sprechen und beraten. Wir kommen zu Facebook Messenger. Und die haben jetzt das AR Studio freigegeben. Facebook geht ja immer mehr und mehr in Richtung Augmented Reality. Jetzt gibt es eben das AR Studio für alle, die Inhalte erstellen. Quasi für Creator. Passt ganz gut zu Patreon gleich. Ja, damit kann man quasi AR Inhalte dann in Zukunft auch basteln. Das Ganze soll auch live funktionieren. Wir kommen zum Sprachassistenten von Amazon, um den Namen wieder nicht zu nennen. Ich habe es die Woche schon angekündigt. Da soll jetzt quasi Multiroom Unterstützung für Spotify kommen. Die ist mittlerweile verfügbar. Dementsprechend kann man jetzt die Musik auf mehreren Amazon Geräten wiedergeben. Das ging bisher nur mit Amazon Music. Wir kommen zu, also bleiben bei Amazon, kommen aber zum Videodienst, nämlich zu Amazon Prime Video. Dort kommt jetzt HDR10 Streaming für Samsung Geräte. Alle Samsung Geräte aus dem Modelljahr 2017 haben das bereits integriert. 2016er Geräte sollen ein Update erhalten, damit es dann auch entsprechend funktioniert. Wir kommen zu Google und die haben heute ihren beliebten Jahresrückblick veröffentlicht. Die top gesuchte Schlagzeile in Deutschland zum Beispiel war die Bundestagswahl. Top Suchbegriff war die WM-Auslösung. Als Persönlichkeit hat Trump das Ganze übernommen, was Abschiede betrifft, war Chester Bennington, der ehemalige Sänger von Linkin Park, vorne dabei, oder Platz 1. Bei den Was-Fragen hat, was ist der G20-Gipfel gewonnen? Bei wo gewonnen, wo hat Manuel Neuer geheiratet? Ein Top-Suchbegriff, um gleich auf die nächste Suchmeldung und auf Apple überzugehen, war unter anderem aber auch das iPhone 8 und das iPhone X. Beide waren weltweit sehr, sehr, sehr gut vertreten. Am zweithäufigsten wurde das iPhone 8 gesucht, am vierthäufigsten das iPhone X. In Österreich war das Ganze auf Platz 2 und 4, in der Schweiz gar auf Platz 1 und 3. In Deutschland, da ging es weiter nach unten, nur auf Platz 4 und Platz 8. Bleibt die große Frage, warum das iPhone 8 mehr gesucht wurde als das iPhone X? Die Antwort ist sehr klar und sehr einfach. Bis zur Veröffentlichung des Geräts hat Apple ja eigentlich dicht gehalten, beziehungsweise kamen keine Gerüchte raus. Dementsprechend glaubten ja alle sehr, sehr lange Zeit, dass das neue Gerät iPhone 8 heißen wird und die quasi alten Geräte, die beim alten Design blieben, iPhone 7S. Das hat sich letztlich ja dann nicht bewahrheitet. Dementsprechend liegt aber dann wahrscheinlich auch die Suche für das iPhone 8 vorne. Wir kommen zum iMac Pro, der soll ja heute veröffentlicht werden. Es gibt die ersten Details. Einerseits zur Leistung. Das 10-Kern-System soll 45% schneller sein als der aktuelle iMac Pro. Was die Verfügbarkeit betrifft, man wird heute nur die 8- und 10-Kern-Modelle vorbestellen können. Das 14- und 18-Kern-Modell soll erst Anfang nächsten Jahres kommen. Ebenso gibt es News zu dem verbauten ARM-Chip. Da hieß es ja, der soll vor allem Siri übernehmen. Der ARM-Chip lautet jetzt auf den Namen T2. Ist quasi eine Weiterentwicklung des Chips, der für die Touchpoint-Einsatz ist. Und der übernimmt wesentlich mehr Aufgaben, zum Beispiel die SSD-Verwaltung, die Audio-Ausgabe, das Hitzemanagement und die Steuerung der Kamera. Wir schließen mit einer Apple-News. Und da, tja, Apple hat ein bisschen Probleme mit Softwarequalität. Das hatten wir in den letzten Wochen ja schon öfter. Es setzt sich leider fort. Gestern wurde dann noch am Abend spät Apple iOS 11 2.1 veröffentlicht. Dort wurde der Bug gefixt, der mit HomeKit entstanden ist. Vorge Woche gab es ja schon eine Meldung, dass HomeKit-Schlösser nicht sicher seien. Grund dafür war die Familienfreigabe von HomeKit-Geräten. Apple hat dann schnell reagiert und die Server-Seite quasi deaktiviert. Jetzt hat man mir den Update nachgeholfen und kann die Familienfreigabe von HomeKit-Geräten wieder durchführen. Und auch die Schlösser sollten sicher sein. Das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Wir hören uns dann morgen nochmal. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.